Hüls ist ein nördlicher Stadtteil der Stadt Krefeld. Der Name Hüls ist eine Ableitung vom niederdeutschen Wort Hulis, die Stechpalme. In diesem Video sind wir in der historischen Hülse Altstadt mit den vielen Bürgerhäusern und am Marktplatz unterwegs. Urkundlich erwähnt wurde Hüls erstmal im Jahr 1112. Sehenswert sind auch der Hülser Berg und die Hülser Burg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Hülser Berg ist mit 63 Metern die höchste natürliche Erhebung in der Stadt Krefeld. Am Hülser Berg gibt es einen Kinderspielplatz, einen Trimmlichpfad, Wanderwege und den Waldleerpfad. Der Johannesturm auf dem Hülser Berg ist ein toller Aussichtspunkt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch bitte zu meiner Motivation ein Abo oder einen Daumen da.